Bei FIFA, da spiele ich Ultimate Team nie so viel, dass ich eine Legende kriege, von daher sind wir zu teuer. Und wir schauen mal, was den Jungs hier so für Fragen gestellt wird. Let's go. So Leute, wir beginnen hier mit John und Kobel. Und zwar werden den Jungs Fragen vorgestellt, wie er nicht schon erwähnt hatte und wir reden ein bisschen zwischendurch rein und diskutieren ein bisschen. Freut ihr euch auf FIFA 22? Super, ja, mega. Wie der lachen muss. Ehrlich jetzt? Nein, ehrlich, nein. Ich spiele kein FIFA eigentlich. Ich spiele nicht so viel Konsole. Das ist ehrlich, ja. Ich bin auch einer, der wenig spielst du, aber ich spiele nicht. Aber es ist immer schön, wenn ein neues rauskommt. Das auf jeden Fall hat man wieder, wenn mal ein paar Freunde kommen oder so, kann man sich da mal ein bisschen battlen. Aber nochmal, für mich persönlich, bin ich nicht so der Zocker. Wer ist der beste FIFA-Spieler, Eni? Bester FIFA-Spieler. Was sagst du, Eni? Boah. Ähm. Ich glaube, Zagadu war, glaube ich, ganz gut, oder? Er ist gar nicht mehr, ey. Ich denke, ich denke, es ist ein sehr junger. Vielleicht Bellingham oder so? Ich sage, ich sage Giurena. Giurena oder Bellingham. Kann gut sein, ja. Mal gucken, was die sagen. Boah, bin ich zu neu. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube, einer von der jungen Generation. Ich glaube, Gio ist nicht schlecht, soweit ich weiß. Ich bin ja aber nicht sicher. Giurena? Doch, wir haben letztes Jahr so eine Challenge gehabt. Ich glaube, der war nicht schlecht, aber ich habe gewonnen gehabt, oder so. Ich glaube, Passlack ist nicht schlecht. Ja, stimmt. Passlack war nicht schlecht. Wir haben es da auch gespielt. Passlack ist meistens mit FIFA und so. Der spielt auch viel Kick-Bass und so was. Der ist da drin bei den Games. Wer ist das schlechteste FIFA-Spiel, Eni? Boah. Schlecht ist schwer. Der spielt wahrscheinlich gar kein FIFA. Marvin. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, er hat irgendwie eine Konsole in der Hand gehabt. Hits hier auf dem Abend. Ich glaube auch, ja. Wenn ihr mal gespielt habt, welche Formationen spielt ihr da? Klassisch 4-3-3. Ich auch, ja. 4-4-2. Weiß nicht, 4-4-2, 4-2-3-1. Schwitzer-Formationen. Was ist unsere Lieblingslegende im Spiel? Oder welche Legende würdet ihr euch ins Spiel wünschen? Da gibt es eine Schale, oder? Ja, oder? Viele. Es gibt viele, aber vielleicht hast du eine Legende persönlich, wo du sagst, die gehört nur in den Spiel. Sie dann, sagt er. Boah, da fällt jetzt keiner ein, aber... Nee, ich glaube sie dann gar nicht. Die größten Legenden sind schon, glaube ich, dabei. Oder in der Deutschland. Ja, schließe ich mich an. Kenne ich mich zu wenig aus. Bei FIFA, da spiele ich Ultimate Team nie so viel, dass ich eine Legende kriege. Von daher. Die sind mir zu teuer. Was war denn der wertvollste Spieler, den ihr aus dem Pack mal gezogen habt im Ultimate Team? Boah, das ist lange her. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nie einen richtig krassen gezogen. Und ich habe viele Packs gezogen damals. Ja, nee, was ist eigentlich dein bester Pull über die ganzen Jahre? Sag mal. Boah, Bruder. Also jetzt, gerade wo wir dieses Video aufnehmen, ich kann es ja jetzt schon sagen, weil es ist bei uns online. Ich habe einfach heute eher neun Moments gezogen. Was redest du? Ja. Ich höre es dir aus dem Icon Pick. Hä? Wow, jees. Wollte ich dir noch sagen vorhin. Aber es ist Ende von FIFA, aber der ist trotzdem noch sechs Millionen wert, ne? Egal, für die Bilanz. Ja, aber sonst, natürlich, Ronaldo Team of the Year war mein krassester Moment. Da war der, glaube ich, noch acht Millionen wert. Das war letztes Jahr oder so, da haben den so wenig Leute gezogen. Aber sonst, ja, viele Sachen, ne? Aber jetzt, keiner, der jetzt der Allerkrasse war, soll man ja neun, war schon das Highlight für mich heute. Das war schon geil. Bei dir? Der hat sie ja sieben tot, die ist auch krass. Also bei mir bester Spieler, ich glaube, ich habe keinen so dicken. Er wird Jahre. Bester Spieler bei mir ist, glaube ich, Goldener Messi. Du hast doch so auf Top 100 erreicht, Weekend League. Ja, oder du ziehst aber nichts. Ich würde sagen, Goldener Messi, Leute. Ein Goldener. Schwach. Mir gefällt der nicht. Das war, habe ich, habe ich fast meinen ganzen U-Mannschaftslohn in Ultimate Team gesteckt. Boah. Habe ich besser gelernt mittlerweile. Er ist sympathisch, der Kobel, ich feier den. So, wir kommen zum zweiten Spielerpaar. Jetzt wird es aber auf Englisch beantwortet. Portugiesisch, Englisch. Ja, Guerreiro und Renier. Mal gucken, was die Jungs sagen, Alter. Start mal rein, let's go. Ja. Du bist sehr begeistert für FIFA 22? Ja, natürlich. Du grün hier. Du grün hier. Wir warten jetzt alle Zeit für den neuen FIFA, für die neue Saison. Wir wollen auch sehen, wie wir sind im Spiel. Und wir bekommen uns informierungen von unseren Kollegen. Ja, du bist so, du bist gut, du bist so, du bist so. Aber es ist immer ein Freude. Ja, ja. Ich spiele dieses Spiel, das ist FIFA, mit meinen Freunden. Es ist ein guter Zeitpunkt, nach dem Training. Man kann immer spielen online. Ich mag sehr mit meinen Freunden, mit meinen Freunden. Und das FIFA 22 wird sehr gut für alle, die füteilen und spielen. Hast du deine Karte? Die 99-Karte? Ja, ich verstehe. Ich glaube, das war nicht in der letzten Spiel. Ich habe ein bisschen auf FIFA 21 gehalten. Aber in allen Spielen, habe ich sie bekommen. Und es war sicher, es war lustig, mit einer Karte wie 99. Aber wenn du gegen jemanden online spielst, dann wird er dich sicher. Und nachdem er nicht spielt, dann versucht er dir eine Nachricht. Er schwitzt. Ja, es ist auch lustig, aber manchmal ist es schön, wenn du FIFA spielst. Und du denkst nicht, dass du jemand anderes bist. Aber hier interessant, dass es dieses Jahr keine Pro-Player-Cart geben wird. Das habe ich auch nicht verstanden. Irgendwie nur für ausgewählte Partner? Nee, also ich habe gehört, irgendwie gar nicht. Gar nicht? Aber warum? Das war doch das Geile, dass man dann sieht, dass man gegen einen Profi spielt. Oder wie siehst du das? Auch, ich finde es auch so cool auf jeden Fall. Bei den Icons kann man sich streiten. Also muss nicht so, ist dann schon ein fetter Vorteil. Also muss nicht, kann man. Aber Pro-Player-Cart ist schon cool, wenn du so gegen einen spielst in der Weekend League oder so. Verstehe ich auch nicht, ey. Das ist doch gerade das geile Feeling. Auf einmal spielst du ja gegen irgendeinen und siehst deine Karte und weißt du, du spielst gegen einen Fußballer. Genau, genau. Ja. Immer wenn jemand gegen einen gezockt hat, gegen einen sehr Bekannten, haben die das immer hier auf 433 und so gepostet, ne? Ja, ja, genau. Finde ich es schade. Es ist wirklich offiziell. Ich verstehe es auch nicht, die machen das die ganzen Jahre und jetzt auf einmal nehmen die es raus. Also ich verstehe es nicht. Wichst du spielen in die Weekend League? Nein, es ist unmöglich. Ja, ich versuche es vielleicht mal eine Mal, aber ich habe vielleicht 10 Spiele gemacht. Und ja, es ist sehr schwer zu spielen. Ja, jetzt sind es 30 Spiele. Ja, während das Weekend ist es nicht möglich. Er kennt sich aus. Ja, ja, ich wollte es auch gleich sagen. Er kennt sich aus, wenn es so 10 Spiele gibt es. Also, ja. Ich denke, wenn du alleine bist, dann kannst du es einfach machen. Aber ja, wenn du eine Familie bist, dann ist es wirklich schwer. Das hilft. Ja. Ja, ja. Ja, ich bin in die Weekend League. Es ist sehr schwierig, aber es ist gut, wenn du viel Zeitpunkt hast. Manchmal verlierst du den Kontrollen, weil du so viel Angst hast. Ich glaube, dass du Kontrollen hast, Ernesto. Ja, ja. Ich verstehe schon, diese Bewegung. Ernesto ist ein Klassik. Wer ist der beste FIFA-Spieler in deinem Team? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vorher war ich sehr gut. Aber ich habe jetzt nicht so viel gespielt. Ja, wie ich gesagt habe, mit der Familie ist es schwer. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht Gio oder Manu. Aber ich weiß nicht. Für mich? Ne. Weiß doch, wo ich gegen Akanji gespielt habe in der illustrations. Ne. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe einfach FIFA 21 anfangen, Leute, in dort ein Bootcamp sogar, Ernesto neben mir, gegen Akanji in der Wikipedia gespielt. Aber er hatte noch nicht seine Pro Player Karte, aber er weiß. Das war krank, Alter. Wie habt ihr nochmal gespielt? Ich glaube, ich habe drei oder so gewollt. Ja, aber er ist doch gut. Das heißt, er ist auch stark. Ja, er war auf jeden Fall stark, ja. Gio hat auch hier, Gio hat es auch gerade gesagt. Haffa. Wer ist der Schlimmste? Der Schlimmste? Ich habe bereits gegen Marco gespielt, aber es war ein lange Zeit. Marco, ja, er war wirklich schlecht. Und er war immer gegen mich, er war so wütend. Und er sagte, ich habe immer gebeten, wie in einem anderen Spiel. Aber ja, für den neuen Spiel, ich weiß nicht, wer der Beste wäre. Ich bin Gio Reina. Ich habe immer Zeit. Welche Formation hast du in FIFA gespielt? Wow, ähm, I don't know. I play, yeah, 4-3-3. Alle 4-3-3. And I take most of the time Barcelona, if I play, yeah, really against France. But now I think everyone will take Paris. I don't need to explain, but yeah, I think, yeah, 4-3-3 is the best. Für mich, äh, 5-4, 5-4. Was ist das? Ja? 5-4-1. Nein, 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 für mich, 5. Ich kenne es wieder. Mit 3 Ageres, ich sage, ich habe 3 Ageres. 5-3-2. 5-2-2. 5-2-2. 5-3-2. 5-3-2. What is the best legend in the game? Legend, yeah, I think, I don't know if the last one, Ronaldinho was in the last one, yeah? Because, yeah, I play in foot 20, not in 21. And I take all the time Ronaldinho because, yeah, it's a crazy player on the pitch and also in the game now. And, yeah, for me, it's him. For me, Pelé the best player. Pelé, Pelé, yes. So, wir kommen jetzt zum guten Moukoko. Mal gucken, was der sagt. Ich habe den ja auch schon einmal interviewt und ein paar Fragen gestellt. Mal gucken, was er jetzt für Fragen gestellt bekommt und wie er darauf reagiert. Ich bin auch auf seine Karte gespannt, Alter, wirklich. Wir haben die ja noch nicht gesehen, gerade zu dem Zeitpunkt. Aber wenn das Video, glaube ich, online ist, dann wissen wir die Ratings. Mal gucken, was er da bekommt. Freust du dich auf FIFA 22? Ja. Und hast du schon mal Luki gespielt? Noch nie. Hast du schon mal Packs gezogen in Ultimate Team? Nein. Wer ist der beste FIFA Spieler bei euch in der Mannschaft? Boah, ich habe nicht gegen viele gespielt, aber Gio ist schon gut. Jeder sagt Gio, ne? Ja, ja. Welche Formation spielst du in FIFA? 4-4-2. Und wer ist der schlechteste Spieler bei euch in der Mannschaft? Das weiß ich nicht. Und wer ist in FIFA deine Lieblingslegende? Oder wer ist eine Legende, der unbedingt ins Spiel sollte und nicht drin ist? Ronaldinho ist drin, ne? Ja. Krass. Hallo Ronaldinho, ey. So Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, beziehungsweise Erne und ich. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ein Abo da auf dem Kanal. Und Erne, du hast das letzte Wort. Ja, hat doch jeden Fall Bock gemacht. Es wird auf jeden Fall noch ein zweiter Teil kommen, Freunde. Deshalb bleibt dran. Checkt auch gerne den BVB Twitch-Kanal aus. Checkt auch natürlich gerne unsere Kanäle aus. Wir haben auch Instagram, YouTube, Twitch. Alles mal gerne abchecken von uns. Und ja, wir sehen uns die Tage, Freunde. Bis dann, wir sind raus und ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.